Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Ja, ich habe mich für die Arbeit gearbeitet, die ich arbeite mit der Arbeit, als CRM-Konsultant. Und ich habe mich für die Firma geöffnetet. Und wenn er das Familie ist, dann war es 21. 25. Jenaier. Nach dem Jahr war es war. Für mich war das erste Mal. Das war das erste Mal. Ich habe mich für die Arbeit gearbeitet. und ich werde in die Firma angeschränkt. Ich habe mich über die Arbeit gekauft, und ich habe mich über die Arbeit gelegt. Und ich habe mich am Tag aus dem ersten Mal gelegt. Wenn ich einen anderen Tag in einem Lieblings-System habe, auf einem anderen Tag, oder in einem anderen Tag, oder in der Firma, oder in der Firma, oder in dem Sinne der Belächtung, dann würde ich meinen Achter anwenden, dann würde ich mir sagen, dass ich es nicht so gut machen kann. Das ist die erste Phase, die wir heute mit der Verlegung haben. Die erste Phase, die wir in der Verlegung haben, ist die die Verlegung über die Verlegung des Verlegung. Das war die Verlegung des Verlegungsverlässigen, die die Verlegung der Verlegung auf die Verlegung des Verlegungsverlässigen. Die war die Verkaufung des Lebens die wir heute haben. Die Verkaufung des Lebens die wir uns hatten, die wir heute heute haben, war vier Verkaufungen der Verkaufung. Und dies ist eine Art von meinen Sicht und ein paar Dinge, auch was wir noch haben. Wir waren in der ersten Zeit mit der Verkaufung von der Entwicklung der Entwicklung. Das ist der Frage, was wir über die Problematik, was wir in die Verkaufung der Entwicklung? Das ist die Verkaufung der Entwicklung. Das ist eine große Verkaufung. Die Ziele war sehr viel, eine Art von der Nutzung, die wir in der Nutzung, die wir in der Nutzung haben. Die Ziele war in der Nutzung sehr viel. Die Ziele war das Ziele und die Mutzung und die Mutzung. Um das zu wissen, was wir tun, was wir als Manus haben, wie wir machen können, wie man die Ziele machen kann. Das nächste Ziele war der Nutzung, die Produkt Market Fit. Wir haben hier eine Frage, wir haben mit MVP-Auswahl und wir haben einen Feedback von den Nutzung. und wir wollen uns erkennen, dass Menschen viel mehr zu benutzen. Und wir können uns das Gerät und das Gerät über die Daten sagen, dass wir eigentlich wissen, dass wir die Möglichkeit haben, den Menschen zu finden. Und die Produkte zu geben. Auf der Phase Number 3 ist, dass wir die Gewalt gewährlebnisse beteiligen. Wir brauchen viele Menschen, die wir mitnüssen, zu verdienen. Und wir können auch auch herausfinden, die Gewalt gewährlebnisse oder auch die Gewalt gewährlebnisse Er ist weit weggebracht worden. Und später geht es dad eine Kheit der Kapital der Kapital der Kapital sind die der Kompromsten ist, die kapitaler wird, die Menschen selbstbewuszen, sich selbst und selbstbewuszen, die takeommen ride in der Kapital. Das ist die Kapital der Kapital der Kapital, die ist der Kapital der Inge-Genre. Die Kheit, die schärft, wie die� Kapital, ist die Kapital, die der Kapital sind noch immer mehr von 500 Rosen. Diese Kapital der Kapital haben die Kählte in Programmet, Er hat sich immer noch die Verkaufung. Also, die Verkaufung ist sehr, 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 sehr. Und er hat sich auf eine sehr große Fehler gemacht. Ich erzähle euch das aber erst, was wir tun? Wenn euch die Verkaufung machen, was ihr auch damit zusammen mit den Beispielen? Wir sind noch ein paar Erfahrungen, die mit anderen Erfahrungen auszuliehen. Dann, die wir um die Erfahrungen zu erzählen haben, die wir die Erfahrungen haben, ist das mit dem Erfahrungen zu erzählen. Das ist der Erfahrungen der Erfahrungen zu machen, das diese Erfahrungen auszuliehen, sehr gut in jeder Unternehmen. Und dann haben wir die die Verlust des Verlust, die wir auch haben. Und die Verlust war, was wir? Denn das ist auch sehr wichtig. Ich denke, die Verlust der Verlust ist sehr wichtig, weil wir nicht so sehen, dass wir ein paar Menschen mit den Verlusten, weil sie nicht mit den Verlusten mit den Verlusten mit den Verlusten. Er hat sich mit den Verlusten verletzt. Er hat sich mit den Verlusten, Und wir haben sechs Menschen mit dem anderen und sie versuchen, sie zu achten, was sie zu tun. Das ist nicht ein Wartes, wenn du einen einen speziellen Anwendiger zu machen. Ich will euch das ein bisschen wie das, was wir versuchen, an das alles zu machen, und wir versuchen, es zu machen, was wir versuchen, was wir machen. Der Bildungs ist, wenn wir die Probleme haben, was wir versuchen, dass wir die Probleme zu machen. Wir versuchen, die Menschen zu entscheiden, was wir wollen, was wir machen. Und wir versuchen, die Menschen zu informieren, was wir machen, was wir machen. noch die Haube, weil sie in den Moment die wir haben, war tatsächlich ein Online Content sehr viel, und keine mehr und keine Ahnung mehr über die Machen. Das war die Probleme, aber die Moment ist das, die wir nicht nur die Probleme haben, aber die Wir werden die Menschen in der Welt verabschieden, aber nur in der Richtung der Machen. Das ist die Möglichkeit, die Menschen zu erleben, die 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 Liebe lieben. Und das kann auch, dass wir die Menschen wissen, dass wir die Begründung die Begründung in ihrer Begründung haben, und das Begründung in der Begründung von der Begründung, Taktive Wird Kuntent Koncept Kuntent Ich zeige euch über die verschiedenen Phasen. Phasen No. 1. Ich glaube, dass wir die Phasen wie die Phasen sind. Die Phasen ist ein Start-up. Ich habe eine Art und Weise. Es ist eine Reihe von Unbekannten. Es gibt viele Dinge, die du nicht wirst. Aber wenn du denkst, dass sie 100 Probleme, und sie braucht es zu lösen. Und du machst die Leute mit einem Team zusammen. Du machst diese Probleme. Du machst das Problem. und die ganze Probleme anstatt. Und die Zeit machen, die er in die Zeit. Die Zeit sind mit dem Spiel. Alles hat die Zeit gewonnen. Alles hat man sich vor. Alles hat man sich um die Erwachsenen und die Menschen. Und die Erwachsenen und die Vorsturzenen erhältnissen. Das erste Phase die es ist die Zeit, die er wird eine Klarschicht erfordert. Du wirst du in die Zeit, dass du in die Zeit gewonnen hast. Du wirst du in die Zeit, du wirst du in die Zeit, du wirst du mit der Zeit, du wirst du in die Zeit mit deinem Wicht. Das zeigt, dass diese Einwanderung auch noch etwas zu definieren, wenn man etwas über das Gespräch verbaut, man wohnt auf dieses Gespräch mit der Zwischenb wilt, man sieht, wenn man so ein Verstuhl macht. Man kann man dann noch eintlemen, zu erichern. Ihn ... All diese Musik brauchen viele Menschen zu schaffen. Wenn man mit ihr einen Schwerter und daraufhin an, sind sie zu Team 10, dann kann man ja noch gar nicht einsehen. Aber man kann man in der ersten Zeit auf das start-up Und die Leute mit ihnen, die sie wissen, dass sie arbeiten und sie verarbeiten, und sie haben nicht mehr, um die Leute zu verarbeiten, um die Verarbeitung zu machen, um die Leute zu machen, um alles zu machen, um alle zu machen, und sie müssen sie verstehen, dass sie das ist die Verständnis. Die Beweise haben wir, wir haben uns mit Kunden gesprochen, Eine Nachrajiner hatte ein Auto, die wir gut zu verstehen haben, die wir uns anfangen, denkt an. Und das Ziel war, dass wir uns heute Zeit auf die Anfragen zu sehen, den wir wie an, den man zu erinnern. Und das Teil des Tiefers zu erfahren haben von einem Người, was er kommt, kann man sich um eine Erste Entschlangen zu treffen. Und wie geht es denn? Weil diese Anzeigen machen wir, wenn ich meine Erste Entschlangen habe, oder die Arbeiter oder die Leute, oder die Leute auf dem Weg, oder die Leute auf dem Weg, oder die Leute auf dem Weg, oder die Leute auf dem Weg. Das ist die Art der Beziehung des Beziehung zu machen, das sind die Verständigung des Beziehungssystems, die wir nun angeboten haben. Das ist die Möglichkeit, die Verständigung zu machen. Das war die erste Phase. Und in diese Phase haben wir in der Zeit geöffnet die Beziehung von der Beziehung und Freunde von der Beziehung von Fonds, und er hat uns die Möglichkeit zu verabschiedern, und wir können die Beziehung zu verabschiedern und behalten ein Team zu verkaufen. Phase 2. Die ist Product Market Fit. Die in der Lage waren wir eine Webseite. Und die Webseite war eine Website. Und die haben wir einen Verhältnis für Advertising. Und wir können das Thema sagen, wir können die Geld auszahlen. Und wir haben dann die Geld auszahlen. Die Phase 2 braucht man einen speziellen Weg in die Gesellschaft. Die Software braucht man mit einem kleinen Bewerb, man hat alle andere. in ein paar Sachen, es gibt Menschen, die besuchen, wie man sie machen können, sie können auch noch etwas machen, aber sie können sie auch noch halten, und belegen, dass sie eine bessere Herausforderung und bei einer Arbeit machen können, dass sie eine bessere Begründung haben, dass sie ein guter Begründung haben wollen, dass sie nicht mehr Probleme bekommen wollen, was sie haben, die das eigentliche Gerät, dass sie Menschen zu bekommen haben, und die Begründung an die Bereiche zu bekommen, die Betracht auf ihre Berliner zu erzeugen, sie haben sie in die Möglichkeit Zeit, zu erzeugen, bis ein paar Mal auf eine weitere Begründung, und dann haben sie nachher Hilfe bekommen, und mehr Geld auf die Plattform. Also haben wir das Webseite gesehen, bei den Website zu sehen, was wir sehen uns im Resultats gut sind. Wir hatten das ein Problem, wie wir sagen, war die Anbelangenschaften zu haben. Wir wissen ebenfalls, die Verkaufnahme zu kommen. Wie ist die Verkaufnahme der Burscherm mit uns gut zu arbeiten? Wir hatten das Zeit, bis jetzt die Zeit, die die ESO ist zu einem großen Teil. Wir hatten das Thema was so gut. Wir waren nicht mehr an ein Website oder Plattform für die Plattform. Und wir haben die eigentliche Wenn wir in der Zeit herausfinden, wenn wir in der Zeit herausfinden können, dann können wir die Kunden auswählen. Und diese sind die Channels, die wir in der Zeit denken, in der Zeit zu denken, wie wir in der Zeit haben. Das ist sehr, sehr gut. Man hat sich jemand in der Zeit zu vermitteln, auf die Channels typischen oder traditionellen. Er ist nicht so, wie die Kunden auswählen, wie die Kunden auswählen werden. Es braucht viele Veränderungen, und viele Veränderungen auswählen. In der Zeit, wir haben diese Revenue, wir haben eine Revenue, wie wir sie heißen haben, Raman Profitable, aber wir können es nicht mehr Geld machen, aber wir können es unterstützen. Wir wissen, dass wir eine Serie A haben. Wir bekommen 1.5 Millionen Dollar Dollar von Algebra Ventures. Das war das jetzt. Das war ein Räumen hochwertig in der Zeit. Und dann wissen wir, dass wir die Phaser haben. Wir wollen wir eine Revenue von Channels generieren. Wir können wir von ihnen holen. die man mit dem verwendet und geringen und die warte die wollen diese werden die 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 Person braucht Menschen in deinem Bremsen, die sie mit ihnen zu beurteilen, zwischen denen sie die Erwachsen und in der Zeit die Erwachsenen. Denn nicht alle Dinge, die sie sie können, sie zu machen, und in Wahrheit, sie können mit ihnen mit ihnen, mit ihnen zu beurteilen, die sie mit ihnen zu beurteilen, mit ihnen zu beurteilen, mit ihnen zu beurteilen. Denn die Person ist eher in der Erwachsenen herausforderung, die KPIs zu beurteilen. und die Bewerben sind die Erkamen die die Bewerben verletzten, dass die Bewerben verletzten, und dann die Bewerben verletzten und die Arbeit der Menschen, von dem man nicht in den Bewerben zu verletzten, wie die ersten, weil die Erkamen in den ersten, die Bewerben in den Bewerben zu schieben. Und in dieser Phase, die Bewerben haben wir auch eine Automation, die Bewerben verletzten, also in den Manus, wir haben in den Manus, wir beginnen mit 20-1, in 2017, 2017. Und am Ende 2019, wir waren 200-200. So in ein Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt, wir waren 20-200. Das war das, was ich kenne sie für den Krieg. Das war eine große Herausforderung. Wir können uns wie wir die Menschen erreichen können. Und wir können die Menschen mit dem Weg gehen. Und wir können die Dinge machen. Und wir können die Dinge machen. Denn es gibt keine Zeit in diesem Zeitpunkt. Und du kannst du auswählen. Oder du kannst du auswählen. Und du kannst du auswählen. 4. 5. 5. 6. 8. 12. 13. 15. 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 16. 16. oder auf eine Art von einerhsturung des Bedürfnisses. Das war eine sehr interessantere Begründe. Das sah, uns auch zu verwenden. Wir haben sehr unbe enormes E Access auf einer Art Fragivierung gehabt. fast ihr zu tun, aber keine Verlauf auf die Probleme. Das war eine sehr interessante Begründe. Wenn wir das großes Erfolg haben, und wir haben das ein Großen ausge tableau gewählt. Wir geben uns die Team einen sehr starken Gelegenheit auf dem Verlauf des Verlaufs. und sogar jr. mit dem ersten Mal. Das war ein sehr gesundes Ergebnis für uns, dass wir eine große Investitionen für uns, die ist die Serie B-Round. Das war ungefähr 8 Millionen Dollar. Das war die Phase, die wir in den Momenten haben, von der Verkaufung der Verkaufung von der Verkaufung. Wir wissen, die Revenue kommt von 2? Wir wissen die Verkaufung von der Verkaufung von der Verkaufung. Wir wissen die Teams, die wir haben, Das heißt, dass die Leute, die wir mit uns kennen und wissen, dass die Leute gut sind, die wir mit uns kennen, sind wir? Die Phase, die wir mit uns haben, ist all about growing in Multiple Products and Multiple Execution Fronts. Das bedeutet, dass wir nur eine Revenue Stream, eine Revenue Stream, eine Revenue Stream, oder Business Line, die cook-up sûr, am besten Echne, was in charge bestre Although we can do them in order to make sure all the time that we all know. Is anyone who do these in a phase? In-phase , the demand is to be ready for all the time. Phonics are people who know exagerate stuff. People can't work with people who have been doing it. Are you don't want to be ready-to-use people in life, what are you just looking for? The people you will need in the first time. Are you sure that they can't always do it with other customers? Cause they're also, they can't do it. They can't do it. They can't do it with information about it. They can't do it with people involved. They can't do it with certain obligations. They can't do it with a lot of money. Und unter einem kleinen Jäuzen, die sie zu ermöglichen, auf der Vision von all den Anglisten. Das ist eine lange Zeit, um mehr Stabilität zu entwickeln. Mit der Experimentation auf neue Gründe zu entwickeln und innovatoren. Das ist sehr spannend, beispielsweise bei uns. Und wir können uns auch innovatoren, um Dinge zu entwickeln. so die Fähigkeiten sind immer noch in der Reaktion aber jetzt ist der beste Weg für uns zum Schluss zu erzeugen. Ich möchte noch eine Fragen an. Ich hoffe, dass die Frage an der ersten Frage war, manchmal ist es nicht gut. bitte, den Abonnieren. Es geht um die Frage an, ich werde es beantworten, eins zum Schluss. Rysa hat gesagt, ich will ein bisschen auf der Fähigkeiten und Befangen. Fähigkeiten und Befangen haben für die Befangen. Aber es ist sehr wichtig für die Phase 3 und Phase 4. Das ist wichtig für die Phase 3 und Phase 4. Das ist wichtig, dass jeder weiß, die Veränderung des Kunden, wie es geht auf die Plattform oder die Beziehung im Unterricht. Das ist die Möglichkeit, dass die Beziehung von Beziehung von Beziehung von Beziehung von Beziehung von Beziehung. Und die Leute, die Beziehung von Beziehung von Beziehung zu tun. Und dann gibt es ein sehr guter Bewerber und die Bewerber auf die Bewerber und die Schaffen auf die Bewerber und die Bewerber auf die Bewerber werden. Und wie können Sie das machen, damit Sie die Bewerber werden? Also können Sie das machen, wir können das zu machen, wir haben eine kleine Bewerber auf die Bewerber und die Bewerber um alle Bewerber zu machen. Und wir können uns alle von denen, dass wir einen Teil von ihnen geben können, Und die besten Channels gibt es die Leute, die die Leute, die ich und auch, in der Zeit, wir nehmen die Revenue, die Leute, die die Leute. Die ganze Woche ist das eine größere, wir beginnen mit der Channels zu investieren. Wir wissen, wir haben wir investieren in die Channels. Wir wissen, wir haben die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute. Und wir machen das andere, die Leute in einem eher Efficient-Fix. Und als du aufbauen musst, musst du mehr effizient sein gegen die Units-Economik. Das ist mehr oder weniger, was wir machen. Und in der Sache, die wir in der Growth Engine haben, ist, dass wir immer noch etwas, was wir machen, 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 was wir machen. Es ist nicht genug, was wir machen, schauen wir, was wir machen, was wir machen? Wir machen, wir was wir brauchen, wenn wir das an den Geist-Economik so machen, dass wir nach der Umgebung genauer gehen und wir machen, dass wir das an das Thema bei Druck auf dem Nutzungs-Economik. Wir arbeiten doch an das, dass wir die Abnahme von uns die Bewardsheit haben, was wir realmente helfen, nicht nur zu kaufen, aber so viel zu tun ist und so. Das ist ja das zum Beispiel von Key Learning, diese Technologien von der Technologien und die Touristische Effizienung hilft, es hilft, dass die Verkaufung von den Menschen herausfinden, und die Erfolge der Gelegenheit die Verkaufung zu sagen, dass sie die Dinge richtig machen sind oder nicht. Ich möchte, die Frage nach oben aus dem Thema ausfakt. ? ? ? ? ? Es gibt Marwan die Frage, was die Top Revenue Stream in jeder Phase? Wir hatten eine sehr lange Zeit, dass die Revenue Stream ist die Advertisements. Und das war eine Sache für uns, nicht die Kaleep. Wir brauchen eine Sale Cycle mit den Kunden und den Kunden. Aber wir haben die Revenue gemacht. Das war die sehr schön, aber auch die Zeit, die wir in der ersten Zeit haben, die wir in der ersten Zeit haben. Und dann haben wir viele von uns. Wir haben 700,000 von uns. Das war in 2017. Wir haben viele von uns. Wir haben viele von uns. Wir können mit der Analyse auf den Analyse auf den Analyse auf den Analyse Das war ein bisschen was O rahm und das war es so good. Ich hab mich auch schon erwähnt, dass das an die Revenue Stream im Gro evaluations können. Es liebte uns nicht mehr so schlimm, weil das eine Revenue Stream ist, das ist echt. Das war ein Hinweis auf dem Revenue Stream in der Karriere. Das war eine Revenue Stream in der Einwohner fall. So eine Revenue Stream in dem Moment ist, welche wir jetzt jetzt gibt. Die Leute können Sie sich selbst verabschieden, um die Verabschieden zu stellen, um die Verabschieden zu machen. Das ist der Frage. Nagatii sagt, dass du mein Wort verabschiedst du. Gott, du hast du meinen Wort verabschiedst du, auf den Post auf den Post gemacht. Ich habe einen Job gemacht. Einige fragen auf die Funding und die Begründung auf die Situation. Ich bin natürlich auch ein Thema, das ist ein sehr viel zu sagen, denn ich habe heute noch keine Einige, die ich nicht mehr in den Recoverie. Und die Investoren werden in die Verbrauchung gelegt. Und die Verbrauchungen werden in die Verbrauchung gelegt. Und es wird in die Verbrauchungen sehr viel zu sagen, Wenn ich ein Geld habe, auf wie ich arbeiten und was nicht arbeiten kann. Ich bin der Meinung nach, ich bin nicht ein Investor, aber ich kann etwas sprechen mit vielen Leuten. Ich weiß, was die Dinge, die ich schlug die in der Zeit, und die Leck hat sie sich nicht aufzurechtet. Wenn man die Verkaufel hat, dann ist es, dass sie in die Veränderung sehr gut sind. Die Investors haben sie, also haben sie eine Anwaltungs-Werkehre und die Einwohner in der Zeit. weil es nicht mehr zu tun, sondern auch die Behandlung möchte, wenn man das zu tun glaubt muss, wenn man die Verhandlung über eine Gruppe zu tun hat. Das ist auch der Behaviour geplant. Die Leute werden sich in die Behandlung gewährleisten in den Behandlung an die Menschen kommen, die es zu gehen und wieder in den Behandlung. Die Leute werden viele Dinge gemacht hat, die man im Ausbau handelt. Ich bin gespannt, dass sie sich auf den Behandlung auf der Behandlung gewissemacht haben, wie E-Learning, die Behandlung im Auslauf. Die Behandlung ist auch nicht so oft. Ich denke, das Veränderung der Veränderung ist eine große Herausforderung. Ich weiß nicht. Es ist eine große Herausforderung für die Jahreszeit. Aber es gibt Investors auf die Herausforderungen. Ich denke, es ist nicht so, dass jemand einen Fakten zu finden, dass er eine Herausforderung ist. Achtung an den Kommentaren. Na au, Kursorat, kann man rechnen, na au, na au, na, 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 Es kann sein, dass es sehr gut ist. Ich schreibe einen Kommentar zu Röscher. Es kann man einen Kommentar auf den Kommentar. Es kann man einen Kommentar für diese Zeit. Wie ist die Industrie? Wie wird die Industrie beeinflusst? Leina fragt diese Frage. Das Verständnis ist jetzt sehr interessant. Wir haben gar nicht mehr versucht, was passiert nach dem Zeitpunkt? Ich habe mich nicht mit den Betracht. Aber wir haben die Daten, die wir sagen, dass viele Menschen die ihre Behandlung an zu betrachten, die die Behandlung an der Behandlung an. Denn wir haben die Leute nicht zu gehen. Die in und die in und die in. Die in und die in die market für die nächsten Monate. Das ist sicherlich nicht so groß wie die ersten Leute. Nicht so viele Leute, die Leute nicht zu gehen. Das ist eine Möglichkeit, die Leute zu machen. Wir haben eine Behandlung an die Behandlung an. Wir haben uns ein paar Behandlung an. Bezüberschleer in den godzigen wöchtern. Wir haben auch verwirrt, wenn wir uns diese diese kommen und wissen, was wir machen? Viljahrscheinlich hat sich der Bezüberschleer in der Bezüberschle παretien an mit der Bezüberschleit? Als, aus dem 6 Jahren herzüberschleit sind. Wir haben uns dieigen Mehrere Wörter auf醫brochen zu tellingen, aber ganz sicher, wenn es eine Bezüberschlecht ist, dass er bei der Bezüberschlechtet ist, wenn es ein Gebäude und ihr Bist patet, hat immer mehr lieb, was dann sie goinget. So ein Beispiel, wenn man ein bisschen widmet hat. das Spiel in der Weih herumzüberschen, Ich denke, dass das zu tun ist, das ist meine Gäste. Und ich denke wir sind in eine gute Position, dass wir diese Art von diesen Verhältnissen haben. jemand fragt auf die Verhältnisse der Verhältnisse zu den Verhältnissen. Anwalt die Verhältnisse ist eine sehr gute Frage. Das ist ein sehr guter Frage. Did we know how to buy the advertising packages? We all had to figure out how to buy the advertising packages. We were able to buy the packages and not to buy one's. We could do something specifically for the grocery store. We could do something specifically for the grocery store. We could go to mobile apps in the grocery store. That's what the offer is, and it was really a success factor for the advertising packages. So the pricing was in our market. ein sehr starkes Top Down und Bottom Up Top Down ist die Das ist der Grunde. Das ist der Grunde. Wir haben eine Frage, ob wir sagen, ob wir eine gute Ausfläche haben können, und wir können eine Ausfläche auf dem Ausfläche erbringen. Eine Sache ist, dass wir das die Ausfläche im Hinblick auf das Ziel bringen können. Das ist nicht möglich, aber wir wollen es kaufen, wie wir mit 80,000 projekten in den Jahren gehen können. Und das ist, die die Ausfläche von der Ausfläche, 20-30,000 projekte, Das war eine Sache, die wir kennen, von vielen zu sprechen, mit den Betrachtern. Die Leute, die die Erlangen haben, wie wir haben, waren Webseiten. Und die Webseiten waren, die Erlangen nicht mitgegebenen, für einen Banner zu stellen. Das war die Leute, die auf den Webseiten haben. Und das war, weil sie nicht auf den Betrachter waren. Wenn wir die Erlangen haben, und wir können die Erlangen haben, dass wir die Erlangen haben, dann haben wir eine bessere Inventory, damit wir die Erlangen haben, und wir können die Erlangen haben. Wenn die Einladung aus dem Langen, dann würde man er anschauen, dass die Einladung von der Einladung von dem Langenboden zu erweitern. Die Einladung zu erweitern, dass die Einladung von dem Langenboden zu erweitern ist. Wenn der Einladung der Einladung auf den Langenboden zu erweitern kann, kann man ein Geschäftsbedarf. Das war eine weitere hohe Erfolge, da wir uns zunächst einmal an die Einladung haben. Wir haben auch schon über den Wochen geöffnet. Wir versuchen, dass dieses Wochen wieder ein Unternehmen zu gewünschte. Wir versuchen, dass es an dieser Zeit gekommen ist. Wir haben viel Zeit für das Zeit geschehen. Wir haben viel Zeit für das Problem gemacht. Für die Verbestimmung über Online. Es gibt schon die Verhandlungen in der Markt, aber wir können nicht mehr über die Verwertung über die Verwertung. Wir können auch an der Verwertung an die Verwertung. Wir können auch über die Verwertung ein bisschen verwertungsvoll. Wir können die Verwertung an eine andere Weise. Wir haben ein bisschen mehr mit dem Motivation in den Markt. Abdelrahman, Usama. Zeke Abdelrahman. Sie fragen über Best Tool to Monitor Funnel Conversion and Retention KPIs for mobile apps. Wir benutzen Mixed Panel. Wir haben sehr gut gemacht. Wir sehen uns alle Funnel Conversion von Funnels der User. Und die Segmentation zu machen. Wir können uns immer wissen, dass wir immer noch, was die Aufmerksamkeit haben, was die Anfragen von der User, was die Anfragen von Funnel Conversion und Verwissens? Was die Anfragen? Wir müssen die Anfragen auf die Daten ausfragen. Wenn wir die Anfragen auf die Daten anfragen haben, wenn wir die Anfragen über Funnel Conversion oder KPI-Kpien sind wichtig, dass ihr alle Mubile App oder Webseite verständigen. Das Funnel ist der Funnel. Wie die Anfragen haben die Anfragen um die Anfragen zu können? eine Art Anyfragung, die Sie in der App-Apps zu machen. Wir können den App-Appen vehieren, die eine Art 예정 schön zu machen, dass noch eine Art von Machen getan ist. Wenn wir die Art von Machen zusammen machen können, die euch zu machen, auf den App machen können, dass die Beginn speziale Umsatz herstellen, dann werfen die Art des Machen und dann auf die Ersteiger steck. Die Ergebnisse, wenn man in den Nenner die Öffen kann, dann wird das Telefonat im Auswertung vorzunehmen. Das ist richtig, wenn man einen Sprechen hat und der Notfall zu machen. Daher ist die Data hoch und bei der User angeht. Wir können jetzt Alternativen ein, dass wir ein A-B-Test haben, um die Verkaufung zu können, um die Verkaufung zu können, um die Verkaufung zu können. Mixed-Panels zu werden, um die Verkaufung zu können. Wir haben jetzt noch ein Verkaufung vor kurzem. Wir haben vorher ein Tool-For-Free genanntes Flurry. Und wir haben Crashlytics. Ich weiß nicht, ob es ist, oder nicht. Und wir haben Google Analytics auch. Wir können Google-Analytics nutzen. Okay, Eamon, Eamon, Abou Lail, er fragt, was you think about ghost kitchen models this year? Ich denke, dass es schon hier gibt. Und es gibt Menschen, von dem ersten Teil, dass sie keine Physikalität haben, für die Menschen. Es ist ein sehr guter Modell. Ich denke, dass wir jetzt die Zeit, Also gibt es viele Menschen mit dem Betriebs zu erzeugen, so haben wir viele Menschen mit dem Betriebs zu erzeugen. Es ist sehr, sehr natural für das, was passiert. Und das war, wir wissen, dass sie viele Menschen mit dem Betriebs zu erzeugen. Wir wissen, dass sie viele Menschen mit dem Betriebs zu erzeugen. Okay, dann gibt es eine Beutros, die Sie fragen, wie Sie sich über UX zu erzeugen? Und welchen 방법 der Bewertung der Testung? Wir haben eine Art und Weise, die Heetmap Tools, die viele Menschen mit dir zu erzeugen. und wie gesagt, es gibt auch noch ein Mixpanel, gibt es auch ein Amplitude, dass man mit ihnen wissen, dass man die Dinge anstellt, die man anstellt, oder nicht, die man anstellt. Hier gibt es ja auch ja auch, wie ja ja auch ja auch, mit mehr Menschen, die möglicherweise arbeiten, von ihnen in der Zukunft? Das bedeutet, dass weniger Essen oder Essen? Das bedeutet, weniger Essen oder Essen, der Ich denke, dass die Behevior nur eine Veränderung des Dynamics wird, aber die Leute nicht beobachten von 4 oder 5. Also kann man ein oder 2-Johannes beobachten nur in den Behandlung. Aber ich denke, dass die Behandlung der Behandlung an die Behandlung mehr zu bekommen wird, weil sie immer noch, wenn sie mit Behandlung arbeiten, die Behandlung beobachten, dann wird die Behandlung beobachten, aber nur mehr Behandlung an die Behandlung. Ich denke, dass die Leute auf die Behandlung an die Behandlung beobachten, Also, wir sind jetzt hier. Wie ist die Zahl in Online-Orders-Versus-People-Tending-To-Save-More? Welche Idee wie E-Commerce-Non-Food-Commerce ist? Die Zahl in Online-Orders-Versus-Febüten. Als geht es, die Menschen zu sagen, in E-Commerce-Den-Soft-Commerce-EM-TED-Road-Sein-Ted? Er ist wichtig, dass sie alle freiwillige Leute im Herbst. In der Zugebüten ist sie sehr, es könnt ihr euch zu machen. Hier Presidential-Versus-Musik, die sie in-Mobilien-Versus-Versen. Und das sind sie auch, die Unternehmen nach in-Mobilien in den USA verabhängen. Und die irgendwie, dass sie einfach in den uns Verouverteten, da sie in meiner herkauung und es gibt diese drinnen. Die Lieblingste sind ihre Angst andersrum, durch sie ver buried, Ich denke, das wird auch ein Verkaufs sein, weil es nicht nur ein Triple-Hand-Mall gibt, oder ein Triple-Retail-Outlet, um die Verkaufung, Lips oder Elektronik zu machen. Ich denke, das wird auch ein Verkaufung sein. Ich denke, dass alle Leute von diesem Verkaufung haben, und die Verkaufung haben, die Verkaufung haben. Es gibt Tamer Raius, die Frage, dass er die Menüs von Zeit aus dem Zeitraum aus dem Zeitraum aus dem Zeitraum. Warum? Wir haben uns in die Verhandlung von der Verhandlung. Okay. Ich sage euch, dieses Thema wird uns sehr viel zu fragen. Es ist so, dass wir uns sehr viele Menschen haben, die zu bedenken, um die Verhandlung von der Verhandlung vorzunehmen. Ein Startup zu versuchen, in diesem Thema zu erinnern. Das ist nicht ein Thema, dass es nicht so einfach, dass es ein Thema ist. Es ist eine große Herausforderung, eine große Herausforderung, eine große Herausforderung. Es braucht auch viel Geld für Marketing. Wir haben Zeit, dass wir die User-Base haben. Wir versuchen, dass wir sehr fokussiert sind, dass wir eine Erfahrung zu machen, und wir können die Menschen mit den Menschen helfen, die sie zu helfen, wenn sie zu gehen. Und wenn wir mit uns viele User-Base haben, dass wir die Investoren in Mocern zu verändern, wir können die Investoren in Mocern aufbauen, Das ist die Zeit, die wir mit der User haben, und mit der Marketing Geld für die Verkaufung. Wir können das Thema auch ein Team einstellen. Wir können das Thema einstellen, wie das das Unternehmen bestellt. Wir können das Thema in der Verkaufung sein, weil wir eigentlich in der Zeit sind, wir können das Thema mit der Verkaufung sein, aber wir waren in der Zeit, weil wir die Zeit im Moment sind. Wir können das Thema auch noch einstellen. Wir können das Thema in der Telefonkarten, und wir können das Thema in der Telefonkarten. Selma fragt sich, wie du eignet hast du, bevor du die User im ersten Mal? Wir haben eigentlich in der ersten Zeit, das war ein Mix von Huzz und viel Arbeit. Wir haben viele Bewerbungen in der ersten drei Jahre, die wir in der ersten Zeit haben, die wir wirklich viele Bewerbungen haben. Wir wissen, dass wir mit der Basis-Kontent mit MVP-Kontent für die Plattformen haben, dass wir uns in der ersten Zeit haben, dass wir die Bewerbungen von ihnen zu verdienen. Das ist das, was wir versuchen, zu bewerben, die Erlangen für sie. Das ist eine große Problematik. Wenn wir nicht Bewerbungen haben, wir haben uns nicht Bewerbungen. Das ist eine Art Analyse. So, wir hatten mehr Beispiele, auch noch. Wir wissen, dass wir eine Art Analyse machen können. Wir wissen, dass wir ein Analyse machen können. Aber wenn du sagst, weil du in die Unternehmen wo du willst, wo du verkaufst? Ich denke, es gibt eine Art Analyse aus der ersten Analyse. Wie du sagst, dass du viele Beispiele ausfüllen. So, dass du die Internet zu spielst. Wie ist die Beispiele ausfüllen? Und die Beispiele ausfüllen? Wicht ist das so? Es ist nicht so viele Beispiele ausfüllen. Aber ich weiß, dass das etwas weitergeht wird von den fünf Jahren angetarzt werden. Es wird sein zu viele Beispiele ausfüllen auf die Beispiele, wie die Beispiele ausfüllen. Und die Leute, wir haben in der Unternehmen auch in der Unternehmen und der Unternehmen wir machen das. Ich denke, es wird die Beispiele ausfüllen. Das ist es wichtig. Bezüttel? Er ist ein Bezüttel? Er ist eine große Störte-Abs-Nacchha-Nacchha-Nacchha-Nacchha-Nacchha-Nacchha? Das ist so eine schwierige und nicht. Aber ich glaube, dass die Leute, die in den Verlangen sind, die in den Verlangen sind, wie in Mocen. Wir haben viele Herausforderungen, dafür, dass sie eine Start-up machen können. Aber es ist eine Möglichkeit, dass sie eine Start-up machen können, wie die anderen. Ich glaube, dass die Leute, die in den Verlangen sind, in den Verlangen sind, die in den Verlangen sind, die in den Verlangen sind, oder in den Verlangen sind, die in den Verlangen sind. Ich glaube, dass meine Respekt immer wieder von Start-ups, die die Leute fokussiert, auf die Verlangen sind, auf die Erfahrung, auf die Erfahrung, auf die Verlangen sind und auf die Verlangen sind. Und sie wissen, dass sie auch die Probleme haben, auf eine große Herausforderung. Sie sind nicht mit der Zauberlangen. Ich glaube, dass es viele Start-ups gibt, dass sie in den Verlangen sind, und sie in den Verlangen sind, in den Verlangen sind. Ich denke, dass ein irgendwer mit dem Verlangen ist, und er will, dass es er mit der Zauberlangen ist, dass er zu solle sind, was er zu helfen will, von der Start-up hat, zu erwerben. Im ersten Musik, dass er die Einzelne Redaktion ist, von einem Geburt, von einem Geburt, von einem Geburt, von einem Geburt, von einem Geburt. Das Geburt, eines Geburt. Es gibt einen Geburt, Also wenn man die Verhandlungen zu machen, die aber auch von den Neusköteten werden, also wenn man in der Meinung einbauen kann, dass man die Verhandlungen, die die Verhandlungen machen, die sie machen, haben auf der Plattform zu machen. Beispiel. Das ist der Anweisung der Verhandlungen. Das ist der Klacke oder die Verhandlungen, oder die Verhandlungen. Und um die Verhandlungen zu haben, kann man sich noch mehr für die Leute zu erzeugen. Und man muss sich mehr Geld für die Leute zu erzeugen. Ich denke, das ist ein Modell, der sehr erfolgreich ist, in Sachen wie Klassified. Wenn etwas wie Services, wie Upwork. Auch wenn man die Leute anbiett hat. Dann kann man einen verschiedenen Modellen, einen Modellen, einen Modellen, einen Modellen, einen Modellen und einen Modellen. Und wenn man die Transaktion anbiett hat, auf ein Website wie Upwork. Die Website selbst kann man eine Kommission. Das sind die Modellen. Wie funktioniert das? Mحمد عصان يسأل على Growth or Revenue فهو سؤال Tricky هو حسب ال Business بس أنا لو حد بيستخدم Growth انه هو ما يعملش Revenue يعني ممكن ان ده يبقى من Investors كثيرة although I doubt حاليا ده اللي هيبقى فهي exceptions بتحصل لكده وهيبقى فيه examples دائما بتتقال ان الweb site او ال App دي تلعت بعملة Tutors كثيرة جدا بس عمرها ما كانت بت Generate Revenue بس دول الexceptions يعني I think the rule of thumb is Generate Revenue Early At least هتتعلم ايه الحاجات اللي هتعرف تتجنرات بها Revenue و ايه اللي لا في يجب ان تتكلم مع بيزنس موديلز مختلفة لو عادت تركز على Growth ومش مركز في Revenue ممكن تمس اوت على فجرين اوت Revenue هيتجنرات ازاي بعد كده ممكن تركز على Growth That's not healthy كده يعني growth قاعد بيحصل من غير ما يبقى انت عارف Sustainingly هتجنرات Revenue و اهم من كده profits كمان اه اه Und ich frage mich, wie hast du gewonnen hat die Best Team zu arbeiten mit dir? Das ist definitiv ein wichtiges Problem. Das ist ein wichtiges Problem für die Start-up. Das ist ein wichtiges Problem für die Start-up. Das ist ein wichtiges Problem. Das ist ein wichtiges Problem. Wenn das Team nicht gut ist, dann gibt es keine Hoffnung für das Unternehmen zu überleben. Ich denke, wie ich habe, in der ersten Phase, das ganze Phase, es gibt auch viele Menschen, Fahm, was du in der Grund für die Einladung? Dann kannst du das Team auswählen, du hast du auf die Oberfläche, du hast du in die Hände? Du kannst du über die Gewalt zu reden und nicht du kannst du nicht besser auf die Leute sagen. Vielmehr schnappen, weil du nicht auf die Leute bei den Abstand, du hast du nicht auf das Thema, was du hast du? Man muss die Phase, die du hast in die Hände. Und du kannst die Leute auswählen, die Leute auswählen, wenn du diese Leute auswählen hast du, die Leute auswählen, wie die Gefühle auswählen? Du musst sie auf die Hände fragen, Ihr habt ja schon gemacht. Was haben Sie in den nächsten Jahren gemacht? Wie sind Sie mit der Frage? Ihr müsst auf die E4 machen. Ihr müsst auf die E4 machen. Ihr müsst auf die E4 machen. Das sind die Möglichkeit. Aber es ist ein paar Sachen mit vielen Leuten. Und ihr könnt auf die Leute herausfinden, was geht und was geht nicht. Und ihr müsst auf die Leute mit der Arbeit schon wissen, wer ist die Leute mit der Erwartungen der Erwartung. Und ihr könnt ihr das mit ihnen weiterführen. Ihr könnt das mit anderen Leuten weiterführen. Das ist sehr wichtig, dass du alles herausfinden. Und das ist die letzte Sache, dass du sie auf der Besuch hat, du bist sie mit und du kannst sie zugeben, und du kannst sie mit dem Weg machen, und du kannst sie mit dem Weg sein, und du kannst sie auf dem Weg sein. Das ist das wirkliche Wettbewerb zu werden. Denn das ist das, was das Leute zu wissen, das ihre Freiheit und sie zu erzeugen. Und der ist nicht so gut, dass sie sie sich ausfragen. Das ist so eine die gute Situation. Wir sind die Leute, die wir in der Schriftlichen haben, Ich glaube, dass sie alle anderen Leute dabei sind, dass sie alle alle Menschen die Probleme haben, wie sie sie machen können. Aber sie finden, dass sie die Magical für die Zeit haben, sie haben sie zu lösen 100 Probleme, auf der Schlechtung, die sie gut machen können. Also, sie haben sie zu erreichen. Und die Leute, sie haben sie mit ihnen gewonnen. Weil sie sie mit ihnen zu lösen, um die Probleme zu lösen, um die Best-Way zu lösen. Und sie werden sie durch die Welt erweitert. Es gibt eine Sahlmache, die Sie fragen, wie kann ich anfangen? Das war die Vorstellung. Nach dem Erzeugung der Erzeugung. Die App und die Marketing. Ich bin 4 und das war das, die ich als meine Reise. Er hat sich den Erzeugung erstellt. Er hat sich die Erzeugung erstellt. Oder die App oder die Plattform oder die Produkte. Und dann herausfinden, was der Beispiel die Erzeugung der Erzeugung und die Angelegenheiten der Erzeugung. Und das wird die Erzeugung nicht sagen. Ich denke, es macht es Sinn, Also find investors the first, but selling them on an idea. And then figuring it out as you go. I'm more for if I ask me, even personal advice, I always try to figure out what you want to do, take a little bit of time. And then you teach that you figure out a lot of the problems and challenges the real challenges. It won't be able to make investment from the beginning. So this is important. There is Rashida asking how are you managing the risk nowadays with the current situation? The food ordering and delivery could be affected for industries, industry, so managing the risk. In the first of all, when the problem came out, we had to address the issues the big issues. So we did a meeting with the team and we were able to solve the situation. but we were able to solve the problem that people are looking for, and the problem can be, that people can't trust safety and health. So we need to educate them and take the extra mile of figuring out how to solve the problem. For example, there is people who were able to put any post on Facebook or on ads. And people who say, Is it safe? Now we order from the food order. If we ask them, we know that we're going to take it or that we don't have a big fear that anyone wants to eat. The food order is not to transmit four viruses. So people who say, why don't you go to the street so you don't want to see it. You don't want to know it. So you don't want to know it. You don't want to know it. One of the things that we did was that we decided to meet with the team that we did in the meeting with the team. So we did it. Something like the emergency team SWAT Team Team A team that we had in the same company. We do the mobilization and make sure they can keep them at the same time and see if they take the emissary and don't want to take them and we did it. We did it for the app and we talked about the site and we told the users that this product is supposed to wear gloves or sanitizers or are they doing health and safety measures in the best practices oder sie sind nicht mit der Handeln und sagen, dass wir nicht so wie wir mit der Handeln machen. Wir machen uns mit den Menschen, die nicht wissen. Aber wir sehen uns, dass wir wirklich sehr gut sind. Und von den ersten Tagen waren wir immer noch ein paar Jahre. Und wir haben immer noch ein paar Jahre gemacht. Und wir haben die Handeln von der Handeln von der Handeln. Das war eine Art und Weise zu gestalten. Das ist eine Art und Weise zu gestalten. Das ist eine Art und Weise. Das ist eine Art und Weise, dass wir in der Handeln haben. Wir arbeiten sehr viel auf dieses die wir in der Zeit haben. Wir arbeiten an so etwas um zu sicher, dass wir die Leute zu sagen, dass wir die Leute zu sagen, was sie zu machen, was sie zu machen, und was sie zu machen, und wir arbeiten mit die Leute zu sagen. Wir können sie wissen, was sie zu machen, was sie zu machen, oder was sie zu haben, in den Zeitraum, wir arbeiten sehr viel auf das Thema. Und das ist das die Achse die wir tun. Und ich denke wenn ihr euch folgt den App, wie viele Jungs nachdem, da gibt es viele Veränderungen. Wir haben Fady mit Hea eSlim. Und überlegen sie, was ich hab an die Dage? Auf der erste, um die Einstiegende und die Software wettbewerbung. Es gibt keinen Benchmark, um ihr gebrauchet hat. Aber ich sage euch, wir haben die Dage Dage. So wie ich bin, mein Film in den ersten Jahren aufbieter, in den ersten Jahren. In den ersten Jahren sind Sie in 2011 und nach 6 Jahren ein. Von den Jahren in die Spencer' Jahren bin ich ganz genug in drainen 20,000 Euro für seine Unternehmen. Ich finde, was er zu bezahlen an der ersten Jahren, habe ich auf die Konferenzseite, um die ganze Zeit in das Khiposan mit 40,000 Euro zu verwerten. Und dann nachdem ich auch einen Monatw�seher. oder Menschen mit ihnen mit ihnen schnaufen. Es ist vielleicht ein paar 6-8-8-8-7-8-8-8-7-8-9-8, und die erste Investor einzeln von Friends & Family. Das ist eine große Anzahl von Friends & Family. Das ist wahrscheinlich 10-15,000 $ aus dem Dollar. Und nachdem wir das Revenue zu generieren haben. Das Revenue war auf der Beznis. Bis dahin, dass wir die Investoren sehr gut sind. So ich habe keine Arbeit, weil es gibt viel Arbeit, und es gibt viele Freelancers, und es gibt viele Maßnahmen, damit wir nicht mehr machen können, dass wir die Website erstellen können. Es gibt eine Frage, die wir in den Momenten haben, die wir in den Momenten haben. After raising series B and having specialized people, many entrepreneurs running their own teams, what does your day to day look like as a CEO? Es ist wichtig, dass jeder CEO weiß, dass er eine große Herausforderung ist, die wir in den Momenten haben. Also, wenn man die CEO hat, dann muss man sich die Möglichkeit, dass er eine große Herausforderung ist. Ich habe auch noch eine große Herausforderung gemacht. Ich habe in den Momenten geöffnet, und ich habe die CEO mit den Momenten geöffnet. Fahm für die Fähigkeit. Und auch, wenn man mit der Fähigkeit beteiligt hat, das ganze Fähigkeit an den Zusammenarbeit. Und während ich beispielsweise mache mich auf ein Bereich und das die Fähigkeit über die Fähigkeit. Durch das Zeitpunkt. Ich glaube, von A bis B in die Fähigkeit wird es ein Begründungsbeschwerf für die Leute sehr viele mit dem Team. der jede Menge von zwei von zehn, bzw. von fünf und 15. Er hat die Kieler bei der Kieler über die Einstunden sind sehr wichtig. erstmal auf der einen realen Überlegungsstil um ein Projekt einzudäuchen, in den KPI zu finden und in den weiteren ultra-Fraktionединungen, im Projekt bzw. von der KPI und den Punkt, ich tut dir eigentlich in ein bisschen über die Weise aufstehen. Das ist ein Verzweck, das ist ein Verzweck, der die Leute am besten, die Leute zu beherren und die Leute zu beherren. Und ich bin in der Zeit im Verzweck auf ein Verzweck und in der Zeit im Verzweck. Es gibt viele Verzweckungen, die Verzweckungen und die Verzweckungen. Und dann, die Leute zu beherren und die Verzweckungen zu beherren. Ein weiterer ist die Verzweckung. Ich bin ein sehr großer Teil von der Zeit. Und wenn du diese Zeit hast, dann geht es um viele Leute zu erzeugen. Und wenn du jemanden mit dem CEO oder dem Founder erzählst, das ist ein Zeitpunkt für die Leute zu erzeugen. Und wenn du nicht spenden Zeit für die Leute zu erzeugen, dann kannst du nicht auf die Einheit der wichtigsten. Denn ich habe gedacht, wenn ich etwas Zeit habe, wenn ich etwas Zeit habe, ... ... ... ... ... ... ... dass der Mann, der Mann, der Mann oder der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, ist eigentlich, dass ich so viel Zeit in der Zukunft verabschiede bin. Vielleicht kann ich noch ein paar Wochen oder ein paar Wochen versuchen, wenn der Mann, der Mann, der Mann, oder sie, will sie verabschiede mir sechs Wochen Arbeit nachdem, wenn sie kommen, und sie kommen, wenn sie in die Positionen sind. Das ist eine andere Verteilung. Natürlich, Fundraising kann man auch sehr viel Zeit machen. Wir sprechen mit vielen Investors, wir bekommen Rejections und diese Kiste ist sehr, 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 sehr langfristig und sehr intensiv und sehr, 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 sehr. Aber in der Zeit ist es ein von den besten Erfahrungen zu machen, dass jemand, wenn er über die Firma hört, und er hört sich über die Leute aus der Welt aus der Welt, nicht nur in der Welt. Es ist eine sehr gute Erfahrung von Bardo-Learning-Experienz, die ich habe sehr, sehr viel gelernt. Basically, mit vielen Investors. Und ich denke, vierte, und das, was ich auch, was ich in Zeit, ist die Focusing on the Product. In der Endeffekt, die Manus ist auch an App, Product, Website, über die Erfahrung, die Erfahrung, wenn es die Erfahrung nicht gut ist, wenn es die Erfahrung nicht gut ist, dann eine Focke auf Marketing oder eine Focke auf Sales oder was auch etwas anderes, ist nicht wirklich sehr wichtig. Wenn es die Erfahrung nicht gut ist, die Erfahrung nicht gut ist, wenn es die Erfahrung nicht gut ist, wenn es die Erfahrung nicht gut ist, dann einschne wir haben ein guter Wert in einer Geschäftszeichnung über die Erfahrung. Das wäre alles an den Kursen und auf die Erfahrung nicht gut ist, bei uns zu helfen, was die Erfahrung mit unser Handlung wie es wie wir in Zeitungen finden können! und wir sagen können, was das Thema am besten, wie es Leute im Markt fangen ist, und was du in deinem Handlung Und das heißt, wir haben die Erfahrung sehr gut und die Erfahrung sehr gut zu haben. Das wäre, wenn wir uns nicht gut machen, können wir mit uns auf unseren Entordnungen probieren. Und ich denke, dass sie ein guter über das Gefühl haben, Das sind die Dinge immerhin in die Zeit. Die die Zeit, sehr lange. Da ist ein Zeitpunkt, dass man die Zeit gut geht. Die Zeit, das ist ein Zeitpunkt, um das Analyzing Datum zu analysieren. Verzüttet, dass die Zahlen auf die Zeit gehen, und das Problemen welche sie brauchen, wenn man nicht mehr Informationen hat, wenn man sich für die Produkt, dass man sich die Verlust auf die Verlust anstatt. Verzüttet, mit Fähigkeiten zu arbeiten, mit neuen Möglichkeiten oder neuen Sprachen, um die Gesellschaft zu erneut. Ich denke, als die Firma weiterentwickelt wird, habe ich gelernt, um die langfristige Fokus zu verabschiedern zu verabschiedern. Ich denke, in B-Series, das ist sehr gesund für die Unternehmen, ohne zu verlieren, was gerade passiert. Was soll ich lernen, um ein Einwander zu sein? Ein Wettbewerb oder Einwanderung? Wenn du jemanden fragst, wenn du das? Ich denke, es ist sehr gut, dass jemand von Einwanderung von Einwanderung von Einwanderung oder Einwanderung von Einwanderung von Einwanderung und Erkamen und Daten und Produkte sogar in die Kategorie von Einwanderung von Einwanderung von Einwanderung. Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn du das denn in Einwanderung von Einwanderung an auch von Einwanderung einwanderung Das ist sehr wichtig. Aber es muss man sich sehr viel über die Empfehlung zu tun, wie man sich anfangen hat, was man sich anfangen hat, was man sich anfangen hat und was man sich anfangen hat. Und ich denke, dass du ein vieles Material online kannst du das Problem damit, was man sich anfangen hat. Und wenn du anfangen hat, was man sich anfangen hat, was man sich anfangen hat. Ich denke, dass dein Foto ist sehr wichtig ist. Aber es ist nicht so wichtig, dass du viel investieren kannst. Und du kannst nicht mehr investieren. Wenn du in die Fläche arbeiten willst, oder auf der Kairou? Wir haben eigentlich 4-10 Jahre. Wir haben die Linus auf die Linus gewechselt. Die überstehen zählen sie sich in der Stärkung verbauten. Sie werden die die Bewerbungen durch die Bewerbungen verwendet werden. Diese war eine Bewerbungen von der Bewerbungen, die wir in die Bewerbungen haben. Die Bewerbungen haben wir in der Bewerbungen geöffnet. Sie wissen, wie die Bewerbungen mit den Bewerbungen an den Bewerbungen mit den Bewerbungen und in einer Art und Weise auf den Fokus sind in einen sehr schnellen Gelegenheit. Denn in der ersten Zeit, die 4-10 Jahre, sind wir nun die Technologie heraus und die App mit den Dravers und die die Entfernung von den Trenkkern und wie wir können mit dem Daten benutzen, mit den Daten und sehr gut auf der Oparationen. Und so sind wir die Jahre die Jahre vergangen. es ist eine Art und Weise. Und wir wollen alle die Ordenswerte mit dem einen und das ist der Einige Einige Wenn du Elon Musk wachst, hätte ich jemanden sagen, nein aber ich glaube, ich glaube, mit sehr wenigen Aber es gibt keine Störteup-Geschichte, also nicht Eilon Nusk. Ich denke, es ist gut, dass du mit einem anderen Jobstern bist. Ich denke, dass du mit einem anderen Jobstern bist. Ich denke, dass du ein paar Abenteuerst in der ersten Zeit bist. Ich denke, dass du mit einem anderen Jobstern bist. Und du kannst du mit einem anderen Jobstern bemerken. Aber das ist natürlich auch nicht, dass du mit einem anderen Jobstern bist. Wenn du ein小er Beziehung bist, nicht ein Startup, Es ist eine große Herausforderung. Es gibt Leute, die in der Arbeit zu machen. Und wenn man auch die Begründung zu machen, dann ist es eine große Herausforderung. Aber es ist auch schwer, dass man mit einer Anwendung mit einem Geld geben kann. Sie können sich die Einwohnern mit einer anderen Seite auf ein paar Punkte zu machen. Aber ich denke, dass man sich mit einer anderen Seite anwesend zu machen kann, dass man eine andere Seite hat? Weil man nicht auf die Begründung anwesend zu machen? Oder man will einen anderen Teil auf eine andere Seite sein? Oder wenn man einen anderen Seite anwesend zu machen? Und dann versuchen wir zu überlegen, wie möglich es zu machen. Und dann versuchen wir zu überlegen, wie möglich es zu machen. Nicht alles zu machen, was es zu können. Wird man sich jemanden wieder in die andere Seite? Oder nicht. Aber ich glaube, meine Bemerkungen ist, ich denke, meine Bemerkungen ist, was ich nicht mehr wissen, was ich weiß, was ich nicht mehr wissen. Was ich sagen, was ich möchte, was ich nicht mehr wissen. Und wie zum Beispiel, ich habe einen Beispiel für die Menüsse, ich habe einen Fakten, vielleicht ein paar andere. Aber ich wusste, dass die Menüsse, die ich meine Fakten, die ich möchte, was ich auf die Fakten machen möchte. Und ich kann mich auf die Fakten machen. Aber ich habe nicht mehr als 6 Jahre lang gekauft, weil ich habe es nicht mehr gekauft. Ich habe es nicht mehr gekauft, weil ich habe es nicht mehr gekauft. Ich habe es nicht mehr gekauft, sondern ich habe es nicht mehr gekauft. Ich habe es nicht mehr gekauft. Wie hat er sich die Politik an der Arbeit in Ihren eigenen Unternehmen zu gewinnen? Es ist sehr wichtig für die Firma, das ist nicht der eigene Politik. Aber die Frage, wenn du über die Politik kennenzulernen möchtest, ist, dass du mit der Politik kennstfeln hast, denn du musst das erste Mal einschätzen, dass du mit dem Team kennenzulernen machst, und du erst, wenn du mit der Arbeit willst, dass du sie will, dieses Politik, oder die Egoes machen, oder die Fähigkeiten mit der Arbeit. Das ist sehr wichtig, Das ist wichtig, dass man von dem ersten ein wenig klarer zu tun hat, dass man die Rolle spielt, eher weniger die Hedf zu arbeiten. Und dass man Data-driven hat, wenn man keine Daten hat, wird es viel politik auszuhalten, . Es wird nicht mehr in den Bezügel sein, sondern in den Bezügel zu sein, und die Verzügel zu haben, in die Einwachen und in den Bezügel zu sein. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man eine Anwendung dieser Bezügel zu bekommen hat. Und die die Verwenden und die Verwenden sind immer noch immer in die Kultur gearbeitet. Und immer in die Kultur zu machen, dass sie die richtige Art von der Bezügel machen können, wie wir mit uns kommunikaten machen können, um ein paar Dinge zu verabschieden zu machen. zwischen den Menschen und den Menschen, zwischen den Menschen und anderen. Es gibt Rashida, das ist der Säf, Säf Abu Zaid mit uns. Rashida fragt, Wie hat man die Veränderung von der Verkaufung von einem Food-Discovery-Platform zu Food-Ordering? Wie hat man die Verkaufung in diesem Bereich zwischen den Karten in der Verkaufung in der Verkaufung wie Utlab und denen neue Verkaufungen mit den Verkaufungen von Fortunatnissen wie Mersoul und Ouber Eats? Das ist ein sehr guter Mühe, denn da sind viele Leute bevor wir das Verkaufung hatten, haben sie gesagt, dass man eine Verkaufung hat, dass die Verkaufung zu sein und dass wir nicht erfahren, sondern zu한zeigen mit einem Schrauben erbauf können. Wir haben tatsächlich eine Verkaufung nach nach dem 3 Verkaufungen, das war 3 Verkaufungen zu einem Schrauben Aber wir haben uns ein paar Worte, die wir als Startup haben, in der Industrie der Restaurant, wir sprechen mit den Bewerbungen, und die Bewerbungen haben, die wir viel, mehr als 5-6 Jahre haben. Wir kennen uns die Bewerbungen aus dem Bewerbungen, die Bewerbungen sind für Mصر. Und wir haben eine von mehreren Überlegungen, dass die Bewerbungen, die Bewerbungen sind, nicht auf der Telefonie. Und zwar nicht in der Online. So alle Menschen, die waren in der Existenz, die waren in der Existenz, die haben alle 5% geschehen. Und das ist dann, dass wir uns mit vielen Menschen sprechen und wir haben, dass wir sehr viel Daten aussehen. Wir haben eigentlich eine Asset von einem sehr viel mehr als die Angelegenheit. Wir haben alle Angelegenheiten von Telefonnummern. Wir haben alle die Einstellungen, die die Erkanteile an den ganzen Daten haben. Wir haben alle Daten aus dem Telefonnummern. und sie sprechen über die Matoعم. Also hatte es eine Vorteile, dass wir eine Matoعم brauchen, um die Matoعم zu bekommen, um eine Matoعم zu bekommen. Und wie wir können uns auf die Matoعم abieren können, die die Matoعمler verwendet haben und die Matoعمler zu bekommen. Und wir haben sie gesagt, sie können nicht mehr mit der Matoعمel verwendet werden, und es ist viel mehr notwendig und leicht. Wir haben dieses Mal auch noch nicht werteilen. Aber auch noch ein Verständnis, wenn wir die TAN haben, dass wir sehr viel Erfahrung haben, dass wir die TAN haben, dass wir eigentlich einen Verständigen von die TAN haben. Wir haben einen Verständigen von das TAN. Wir haben einen Verständigen auf den TAN. Wir haben einen Verständigen von einem Verständigen. Wir haben uns die Leute zu sprechen, die wir kennen. Wir sprechen mit den Kunden und den Kunden von RDA. Heba, was wir uns fragen, was ich zu arbeiten? Ich habe eine Frage, was ich zu arbeiten? Wohne ich mich zu unterstützen? Ich habe eine andere Frage, was ich an die Arbeit? Ich habe eine Arbeit in den Kunden, vor allem, die ich hier in der ersten Zeit habe, die in die von der ersten Zeit waren, die ich auch in der ersten Zeit habe. Und dann habe ich noch keine Werteilung, und ich glaube, dass es das ein Verhältnis war und ein Verhältnis war, weil es so sehr gut war, so wie ich sagte, in der ersten Zeit war, Das war alles klar. Ich glaube, es war ein guter. Aber ich glaube, das war ein guter. Ich glaube, ich habe einen guten Tag, weil ich ein großer Verletziger bin, dass derjenige, wenn ich etwas gemacht habe, wenn ich einen gewiss, wenn ich eine Art und Weise mache, wenn ich einen Plan B und ich arbeite, oder eine Art und Weise mache ich etwas zu tun, ich habe eine Art und Weise, dass ich ein paar Jahre lang bin, Das war ein Schwerpunkt. Aber wenn ich in den Projekt auf die Fähigkeiten bin, und ich habe den Projekt geöffnet, und ich habe das ein paar Zeit zu verabschieden. Ich habe das ein paar Zeit zu verloren, weil ich nicht mehr zu haben, also habe ich mich zu fähig daran gesehen. Also habe ich mich auf die Fähigkeit auf den Weg. Ich habe das Wort geöffnet. Ich werde nur noch ein paar Fragen zu stellen. Ich werde das Thema kommen. was the hardest situation the start-up went through the team handled it throughout the lifetime of the start-up there are a lot of situations that are difficult for me one of my favorite books is actually the hard thing about hard things and he talks about all situations that are difficult for me because there are many situations that are difficult for me that are difficult for me to find a local market who might create one-two-three it's difficult for me to find a system that is not a system in order to find a system that is very difficult for me I think that one of the processes in my profession that is available in two situations there is one in many times of the start-up of the year that is actually starting the start-up Ich denke, ich glaube, dass das Z Ich glaube, ich habe eine große Herausforderung gemacht. waswels? Ich bin eine Ahnung, wirklich, die ich will. Ich habe unbedingt hier meine Schmerzen nicht nur eine Anleitung, der wir gegen die Situation gewonnen haben. Ich kann das Schmerzen gewonnen werden. So habe ich auch eine Anleitung war, die ich mit den Schwangerschaft, habe ich etwas Lastes Mal llege ich aus meiner Zeit mit dem Einzelfdein zu verhindern. Er investiert bei dem Schlag und der Gelegenheit die Köthen herum. Die Situation Nummer 2 ist immer nur die Leute. Wir waren in der Zwischenzeit auf die Plattform der Verkaufung der Verkaufung. Das war eine Zeit, und wir waren in der Verkaufung von der Verkaufung in der Verkaufung. Das ist eine Zeit, die wir sagen, dass es eine Zeit ist. Wir waren in der Verkaufung von 20-200 Menschen. Wir waren in der Verkaufung von der Verkaufung von der Verkaufung. Oder wie ein Verkaufung? Oder wie ein Verkaufung? oder wassame, die schon brauchen, was sie zu tun haben, um sie zu bauen. Wir haben hier alles gefordert, wie wir uns in den letzten Jahren haben, weil wir alle gut sind, gerade in der Regelungen sind. Wir haben viele Verzins, in dieser Zeit sehr viele Verzins zu haben. Da gibt es Leute, die zu haben, keine Zeit zu haben. Wir haben da jetzt einen Moment. Wir haben hier eine gute Auswahl zu machen. Wir haben die Leute, die sie zu haben, wir haben, wir haben eine gute Chance gemacht und wir haben. Wir haben unsere Zeit, sie zu halten und wir haben sie mit ihnen zu erörtert. Wir haben sie mit den Entschuldung. und in den Wuston nicht mehr wissen, dass wir mit uns berücksichtigen sind, sondern wir kommen von uns. Und ich denke, dass dies ein paar Situationen schweres sind. Aber wir lernen uns von den Menschen, die wir mit uns wollen, und von den Menschen, die wir mit uns kennenlernen, und von den Menschen wissen, dass sie in ein paar Worte sind. Und wir lernen, wie wir mit uns in ein paar Situationen sind, und von nicht. Und wir können auch, wie wir lernen, dass wir die Menschen mit verschiedenen Zeitungen, und mit verschiedenen Schnellungen, Es gibt drei weitere Fragen auf die Podcasts und Recomendationen. Ich werde sicher sein, dass ich eine Liste von drei bis fünf. Ich freue mich sehr auf die Kommentare und mit euch. Ich freue mich sehr auf die Kommentare und ich hoffe, dass es wichtig war. Feel free, wenn ihr die Kommentare schreibt, wenn ihr mich auf eine andere Kommentare möchtet. Ich würde mich auf die Kommentare hören und helfen euch in welchem möglich. Und die beste Glückwunsch, ich denke, dass sie eine Zeit für eine Möglichkeit haben, aber sie haben nicht viele Herausforderungen. Und ich denke, wenn die Leute auf die Innovation auf innovativen und und die Veränderung zu den Veränderungen und die Veränderungen zu verändern. Sie können das Veränderungen machen, sehr interessant sein, in dieser Zeit. Ich weiß, dass wir bereits in der Schwerkzeuge haben, dass wir das gleiche tun. Wir versuchen, dass wir die Veränderungen zu verändern und wie möglich, dass es die Veränderungen zu helfen, wie das Veränderungen zu verändern. So, gut luck, alle. Danke, danke.